ja hallo und willkommen zum nächsten battleground commentary ich habe jetzt versucht auch das mikrofon ein bisschen lauter zu drehen und außerdem drehe ich das gleich am stück also das ist schon das zweite hintereinander und es geht wieder katmohu auf auch hier gehe ich gleich wieder linke seite den bercy safen falls in mir nicht einer klaut aber hier glaube ich bin ich mit einer geliebten stamm unterwegs wie hf von frau nein 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 du hurenmagier alter ich hasse dich ich hasse dich junge du bist so ein ass so legen wir halt gleich mal seinen heiler wenn er mir den bercy klaut dann klau ich dir das leben junge und booyah wunderbar und trotzdem haben die fast alle orbs oder und die zwei dann nehmen wir die gleich als nächstes weg neben kampfrausch und elementar geht schon los noch meint kann ich meine elementen blast dann habe ich noch zwei oder auch schon vorher striggern wir mal ups der captain wird zwar nicht so schnell und dann dann fragen wir den mount gini in noch den distifrist vier outplayed geist gekillt so muss das so muss das interrupt und trotzdem wird er voll zugepresst jetzt fällt er aber bloß den anderen da drüben dich hole ich mir auch gleich mal sogar ohne rocket wood fail das kommt selten vor flammentotem auch nicht vergessen anschein liegt er auf dem boden und das orb ist meins das klappt ja tadellos 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 Lucy out und zwar nicht von mir aber irgendwer darmond gibt uns das orb zurück dass die auch immer instant in die mitte springen selbst wenn die damit nur 5 punkte holen ist dann das scheiß egal wie es aussieht Komm, 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 komm Kannst du in meinen Arsch gehen Kann man hier eine Eule Das war wohl nix mit einem Versuch Aber der Priest ist auch schon wieder hier Machen wir lieber das Org um Weil wir keine AP umkriegen, wenn 215 Kalaberlash rein Was war da denn los? Die Feuerdrucken schon wieder vergessen Hier normal Und da ist auch schon die Detherlands Interrupt that Bam, bam, bam Das war nicht mein Kill Bin halt irgendjemand anders zerstört Aber das war mal kein Totem-Stun-Fail Die Eule rennt einfach immer Stupide immer wieder in die Mitte rein Die mag ich Die cool Kugel der Machtachievement Was ich das noch gar nicht hatte mit dem Schamanen Liegt wahrscheinlich daran, dass ich so selten Kugeln habe Boom, da ist er explodiert Komm, komm Ich hab einen Elemental Blast ready für den Ersten der reinkommt Ich hab gesagt, der Erste der reinkommt Spring rein Spring rein Äh, was ist mit dir? Springe er mir rein Solche Affen, Alter Sind der Geistbräuger von mir Boah Den Bersi gönne ich mir Jetzt hab ich glaube ich Ascendent auch gleich wieder ready Ich sollte mir da mal ordentliche Keybandings machen Ich hab mir nur Zwecks anfänglichen Problemen einfach mal alles in ein Makro gebeindet Ah doch, he's ready Ja, das war jetzt nicht so schlau Ah, geht sogar Kein Death 7-0 Most Damage Das war wieder ein geiles BG Danke fürs Zusehen Auto rein Ciao